hallo ihr lieben ich melde mich mal wieder bei euch mit diesem video und zwar um euch zu sagen dass ich am 25.07 an der live in a day aktion von youtube teilnehmer ich erkläre euch kurz worum es da geht es geht einfach darum dass die youtuber ihren alltag in einem vlog zusammenpacken und auch jetzt den alltag mit den gelockerten corona maßnahmen in einem vlog zusammenpacken genau das werde ich an diesem tag machen abends am 25 wird mein video dann online kommen und ich würde mich freuen wenn ihr mich alle supporten würdet und alle die die mich sowieso schon jedes mal supporten erst mal vielen 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 dank an jeden einzelnen und ich starte nebenbei noch eine aktion wer im video dabei sein will von meinem vlog der schickt mir dann bitte ein foto von sich mit dem schriftzug drauf live in a day und dann ist er dann natürlich im video selbstverständlich dabei und bis dahin bleibt mir alle gesund und wenn uns die tage ich gebe euch danach nähere informationen und bis dahin tschüss